Katharina, weißt du, wo mein blaues Hemd mit der verdeckten Knoppleiste ist? In der Wäsche. Felix, schwing deinen kleinen Hintergrund, zieh dir was an. Und mach das Ding aus. Oh mein, wann kommt hier endlich mal ein Spiegel hin, Papa? Was? Nichts. Felix. Mama, sind die Firmen schon vorbei? Ja, mein Schatz. Wenn wieder Ferien sind, machen wir eine Nacktwanderung? Das heißt Nacktwanderung, nur Triefnase. Du bist keine Triefnase. Und hier einen Spiegel anzubringen, wäre ein absoluter Stilbruch. Meinst du, du kommst diese Woche mal dazu, das Garagentor in Betrieb zu nehmen? Ja, ich warte auf das neue Relais. Aber das kommt aus Korea. Ich hätte einen Architektenheirat. Ich sag's euch ja wirklich nur ungern. Aber hier liegt ein blauer Sittich namens Rambo, ziemlich tot auf seinem Käfigboden. Kein Wort zu Felix. Das weiß ich selber. Papa, mein Fenster klemmt. Mama Rambo ist tot. Der Junge kriegt einen Schock fürs Leben. Das war eine frühe Erfahrung mit dem Tod. Das ist eigentlich ganz normal. Ach was. Das kann sogar sehr gut für seine Entwicklung sein. Papa hätte den Vogelmund zum Mund beatmen sollen. Jule. Doch, ich hab mal im Fernsehen gesehen, da hat so ein Mann seinen Hamstermund zum Mund beatmet und es hat überlebt. Ich frag mal den Stikan. Als Biolehrer muss er das doch wissen. Nee, der Stikan ist so ein notgeiler Typ. Jule. Ich weiß doch die ganze Schule, dass ein Mädchen immer auf die... du weißt schon, Start. Der Stikan? Allerdings. Das macht er bestimmt nur aus fachlichem Interesse, Jule. Entschuldigung. Hallo, Jule. Hallo. Wie war der Urlaub? Wie zu kurz. Und die Nächte? Die haben kaum ein Auge zugetan. Naja, statistisch gesehen fahren 54% aller deutschen Fahrer in Urlaub, um mal wieder Sex zu haben. Sex? Wir reden hier von Mücken. Morgen, der Stikan. Morgen, hallo. Oh, ich hatte so viel gearbeitet. Ich war so müde, dass dein Laptop ins Wasser gefahren wird. Also doch. Frau Kramer, haben Sie noch einen Moment Zeit? Ciao, bis bald. Wir sehen uns dann später. Mensch, Heino. Wie siehst du denn schon wieder aus? Was sind das denn für Dreckslumpen? Das ist ja widerlich. Siehst du die aus dem Altkleidercontainer? Mann, lass mich doch in Ruhe. Hier. Ich hab ein kleines Präsent für dich. Daraus kann dir Mutti ein paar Unterhose nähen. Hey, was soll denn der Scheiß? Hey, Schwester. Nimm deine Fucken von dem Tee. Ganz cool, Mann, ja? Ganz cool. Danke. Ich heiße Heino. Hör mal zu, mein Dickerchen. In Zukunft machst du dir selbst her. Klar? Gib das Ding her! Wie soll ich denn an die Witwen und Weiseln schützen? Tun Sie sich nicht wieder mit. Die Schule ruiniert mir den letzten Nerv. Zeit, dass ich in die Verwaltung komme. Ben Simon, verwiesen vom Herder-Gymnasium, Gieringer Oberschule, Karl von Osietzke, Grottenbach, Oberschule, liest sich wie ein Vorstrafenregister. Der Knabe hat aber ziemlich gute Noten. Meine zu wegen, aber ausgerechnet in meine Klasse. Ich bin froh, dass ich die Bande einigermaßen im Griff habe. Ich dachte, der Junge wäre genau ihre Kragenweite. Intelligent, aufhörerisch, ein Problemfall, so richtig nach ihrem Geschmack. Vielen Dank. Mir wäre es lieber, wir schicken ihn gleich weiter. Ach, es geben Sie ihm eine Chance. Es ist eh seine Letzte. Auf meine Versetzung. Nur düstern Frieden bringt uns dieser Morgen. Die Sonne scheint, verhüllt vor Weh zu weilen. Kommt, offenbart mir ferner was verborgen. Ich will dann Strafen oder Gnad erteilen, denn niemals gab es ein so herbes Los als Juliens und ihres Romeos. Julia ist 14, als sie stirbt, Romeo und nicht viel älter. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ah ja? Ja, sie hat noch alles. Spaß, Sex. Was hätte da noch kommen sollen? Noch mehr Spaß und noch mehr Sex. Machen wir doch mal ein kleines Gedankenexperiment. Was wäre aus Romeo und Julia geworden, wären sie noch am Leben? Anushka, was meinen Sie? Also ich glaube, Romeo hätte sich einen gut bezahlten Job gesucht und Julia hätte vielleicht was eigenes gemacht. Und die große Liebe? Na ja, seien wir realistisch, so läuft das nun mal. Also ist die Liebe nur unsterblich, wenn die Beteiligten nicht überleben, Ben. Was meinen Sie denn? Ich weiß gar nicht, wie sie auf Liebe kommen. Ich meine, das Stück handelt von einem Streetgang-Leader, der einfach alles flach liegt, was die Schnägelung auf die Bäume kommt. Na ja, Julias Eltern haben Kohle und die Kleine sieht bestimmt auch ganz knackig aus, aber nach der Hochzeit, der Vorhang fällt und die große Langeweile setzt ein. Und nach der Langeweile kommen die Lügen. Sie glauben wohl nicht an die große Liebe. Günstigstenfalls ist Liebe sublimierter Fortpflanzungstrieb, aber normalerweise eine besonders wirkungsvolle Form der Unterdrückung. Nun, in dieser Frage gibt es wohl keine Wahrheit und keine Unwahrheit. Festschritt ist das Thema des Aufsatzes, den ich Sie gerne schreiben lassen möchte, Shakespeare und seine Zeit. Sie haben eine Woche, 2000 Wörter. Den Verfasser des besten Aufsatzes nehme ich mit zur Theaterpremiere von Romeo und Julia. Hier. Vielen Dank! Wusstest du, dass 54% alle aus dem Urlaub zurückgekehrten Paare sich auf mückenfreien Sex im eigenen Bett freuen? Schatz. Guck mal her. Wir hatten uns vorgenommen, dieses Jahr weniger zu haben. Du hast dir das vorgenommen. Wenn ich das Gymnasium übernehmen soll, dann habe ich bestimmt noch mehr zu tun. Du wolltest dich dann um die Kinder kümmern. Stimmt. Ich erinnere mich, da war mal sowas. Und jetzt wirst du mir sagen, dass du wieder ein neues Projekt hast, das wieder mal unheimlich viel Zeit verschlingt. Es ist das neue Landratsamt. Vergiss es einfach. Aber du bist doch noch gar nicht die Rektorin. Und was ist, wenn meine Beförderung unseren falschen Fuß erwischt? Du steckst im Stress, ich kriege den Job, die Kinder mums oder eine Identitätskinder... Die Kinder sind aus dem größten raus! Wo seid ihr denn? Mama, komm mal schnell! Er hat ihn verschluckt, dieser kleine Idiot. Arme hoch! Was hat er verschluckt? Mein Piercing-Rett. Deinem was? Piercing? Na und? Komm, mein Schatz. Sag mal, hast du das gewusst, dass sie... Nein, habe ich nicht. Wer ist beinahe gestorben wie mein Vogel? Nein, mein Schatz, von so einer kleinen Perle stirbt man nicht. Komm, ich bringe dich ins Bett, dein Vater hat noch zu tun. Sag mal, Ulrich, du hast doch schon zwei Projekte. Warum brauchst du noch ein drittes? Weil es nicht irgendein Projekt ist. Schatz. Ich bin jetzt 41 Jahre alt. Ich habe zehn Jahre gebraucht, um mich als Architekt zu etablieren. Ich möchte auch mal was, was Großes machen, was Besonderes und nicht immer nur Reihenhäuser. Aber du hast mir versprochen, ein Baumhaus zu bauen. Siehste? Siehste, die Auftraggeber sind hinter mir her. Wie die Irren. Du machst es dir zu einfach, Ulrich. Dafür säuft er mich und macht nicht mit anderen Weibern rum. Stimmt. Na ja, dann mach dein Landratsamt, aber dann trittst du kürzer, ja? Und du kleiner Macho, fahre mir nicht immer in den Rücken. Sven? Erste Vergreisungserscheinungen? Sagen Sie mal, die Sache mit der Pistole, wann kann ich mit Ihren Eltern drüber reden? Mein Vater ist tot und meine Mutter, halten Sie da bitte raus. Jetzt hören Sie mal zu, wenn Sie ein Problem mit mir haben, dann klären Sie das bitte auch mit mir. Oder trauen Sie sich das nicht zu. Ich mach diesen Job schon ein paar Jahre. Und? Wie viele störrische Minderleister haben Sie schon handsam gekriegt? Als ob es mir darauf ankäme. Na, Sie wollen doch so ein bisschen an mir rum experimentieren, so aus sportlichem Ehrgeiz. So Jungen schon so zynisch. Ihnen muss die böse Welt da draußen ja schon ganz übel mitgespielt haben. Los, ein bisschen flotter, kommen Sie. Los! Oh, bei Ihrer romantischen Ader muss Ihnen dieser Einblick da ja sehr zu Herzen nehmen. Ja, die kommen jeden Tag hierher und sitzen da Hand in Hand. Und Sie meinen, was Sie zu sagen, ist die ewige Liebe, ja? Na ja, der Fortpflanzungstrieb wird's wohl nicht sein. Dankeschön! Bill, ich habe alle Aufsätze, nur Ihre fehlt noch. Selbst dieser Feingeist Robert hat sich mir vorhin etwas abgerungen. Oh, ist die Woche schon rum? Morgen. Ich hab eigentlich was vor, aber die paar Seiten, die reiß ich Ihnen morgen früh nach dem Aufstehen gleich runter. Sie spucken wieder mal ganz schön große Töne. Aber für ein paar eigene Gedanken brauchen Sie bestimmt etwas länger Zeit. Ach, Sie meinen, ich liefere Ihnen hier so einen Seelenstrip dies ab, ja? Soll ich Ihnen zeigen, wie man rauskriegt und wie man es zu tun hat? Heimliche Brillenträgerin? Ach, schade. Sieht bestimmt ganz sexy aus. Drei Lippenstifte, fünf Kugelschreiber, zwei Kämme. Sie gehen auf Nummer sicher. Und Sie wollen perfekt sein, kein Risiko. Sogar eine Dauerkarte für die Sauna. Ich schätze Mittwochs. Und nur für Frauen. Keine Kondome, kein spontaner Sex. Sauber, beherrscht und null Leidenschaft. Ich wette, Ihr Mann nennt Sie Kati. Du tust mir sofort, mein Gott. Du tust mir Gott. Felix! Marsch ins Bett. Brauchst du noch lange? Gleich, Ulrich. Felix, wäschst du dich bitte? Überall? Ja, überall. Schatz, wenn du die Tassen nach oben stellst, kriegst du auch noch die große Schüssel rein. Hier fehlt tatsächlich ein Spiegel. Jule! Ich bin wirklich froh, dass du nur eine Zahnspange trägst. Dein Holzbeinläger garantiert auch überall rum. Hey, du musst dich fertig machen. Fertig machen? Wofür? Wie bitte? Wir sind eingeladen. Hast du das vergessen? Das Gartenfest beim Senat. Hör mal zu, mein Lieber. Mir reicht's, wenn ich abends die Putzfrau machen muss. Ich habe keine Lust, deinen Auftraggeber noch vorzutanzen. Entschuldige, wir müssen dahin. Du musst, ich nicht. Danke. Hat jemand meine Spange gesehen? Na, ich weiß nicht, ob er eine Freundin hat. Aber muss ich mal Mama fragen, die könnte das rausbringen. Er ist irgendwie auch total anders. Also ich mache dann mal Schluss. Ja, bis morgen. Tschüss. Mama, Jess. So. Mama? Hm? Ist denn dieser Ben wirklich ein Gangster? Also ich glaube, der tut nur so. Er ist ein Rebell. Dieser Rebell ist viel zu alt für dich. Außerdem ist er ein bisschen durchgeknallt. Ich finde lieber was du liest. Du lieb, Papa? Mama, hör mal auf! Ulrich! Schnell, die habe ich nebenan nicht ein Gebetzwald aus dem Gebet. Er ist geklappt. Er ist geklappt. Ja? Wieso der Landrat? Aber der hat doch gesagt, dass er heute Abend gar nicht... Ja? Ja? Ich... Komm mal. Du hast es ja gehört. Es tut mir leid. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Tschüss. Ich bin nur noch ein Gebet. Ich bin nur noch ein Vergestellter. Ja, das ist wahrscheinlich am Leben. Danke. Morgen. Uh, hallo. Ich habe deinen Ulrich mit einer Flasche Champagner in der Tanke gesehen. Das ist ja der Hammer. Ich kenne Leute über 30, die Sex haben. Gibt es noch lauter? Na, na, na. Nur nicht übertreiben. Sonst knallen die Jungs in deiner Klasse noch total durch. Katharina. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ciao. Morgen. Die Polizei hat gerade angerufen. Unser Problemfall wird heute nicht erscheinen. Er ist bei einem Einbruchsversuch aufgegriffen worden und sitzt ein. Ich informiere das Jugendamt. Nein, nein. Kümmern Sie sich bitte darum. Ich übernehme derweilen Ihre Klassen. Was wollte er denn auf dem Grundstück? Na ja, was denn wohl? Hat er was mitgelassen? Noch nicht. Aber wenn meine Kollegen ihn nicht gestoppt hätten, dann hätte er jetzt eine Straftat begangen. Und Hausfriedensbruch war es allemal. Das kann ich mal klarstellen. Ich bin jetzt schon 65 Minuten hier. Befreien Sie mich von dem Spaßvogel. Nett, dass Sie kommen. Normalerweise kreuzt jemand von der Jugendversorgung auf. Wo ist Ihre Mutter? Meine Mutter. Verreist. Ach, wissen Sie, ich habe hier einen richtigen Mörderklingel. Schön für Sie. Das will Ihre Entwicklung sicher sehr förderlich sein. Kommen Sie. Der Typ, der hat seine Firma in den Sand gesetzt. Und es ist halt absolut pleite. Und als seine Frau mit einem anderen weg wollte, hat er sie erschlossen. Halten Sie da vorne. Bitte. Hier wohnen Sie? Ich bin reiche Elternkind. In der Wüste durch den Mammons aufgewachsen und daher seelisch verkuppelt. So. Jetzt wissen Sie eigentlich alles. Ich merke das ganz gut, wenn man mich verarscht. Ist nur ein Abschlächer. Das hätte ich fast vergessen. Mein Shakespeare-Aufsatz. Den habe ich in Kerker geschoben. Da entstehen ja die besten Werke. Denken Sie nur mal an Karl May. Was soll das denn? Was machen Sie denn da? Hier, nehmen Sie. Was soll das? Hallo. Das ist gut mir. Was wollten Sie denn ausgerechnet bei diesen beiden? Auf jeden Fall nichts klauen. Los, wir sind es weg. Glauben Sie mir jetzt, dass das meine Kamera ist? Und warum Häuser? Interessieren Sie sich für Architektur? Ich interessiere mich für Fassaden. Mein Mann ist Architekt. Sie können sich mal unterhalten mit ihm über Fassaden zum Beispiel. Danke. Komm, ich mach zurück. Sagen Sie, Ihre Eltern, was machen die eigentlich beruflich? Ich meine, Ihre Mutter. Wieso? Na ja, sie lesen, sie interessieren sich für Kunst, sie fotografieren. Es muss doch alles irgendwo herkommen. Meine Mutter fällt mit einem Musterkoffer und einem rostigen Auto über das Land und verkauft Schönheitsgräben. Und ihr Vater? Mein Vater. Der ist ein Feuerwehrmann. Der ist ein richtiger Held. Er hat zehn Kinder aus dem brennenden Haus gerettet und als er wieder auf der Erde stand, Herzinfarkt. Warum erzählen Sie mir so eine Räuberpistole? Was ist wirklich mit Ihrem Vater? Sie sehen toll aus in diesem Licht. Darf ich Sie fotografieren? Okay, ich trage Ihnen das heute Morgen als Fehlstunde ein, aber belassen wir es. Gehen wir? Habe ich ganz vergessen. Beherrscht leidenschaftslos unkorrekt. Ist schlimm? Zeigen Sie mal her. Da muss ich es drauf. Ich hole ihn Pflaster. Herr Magmar, war das jetzt gut? Ich meine, ich kann noch mehr geben. Spielen Sie einen hungernden Musikanten, der gut gefruchtet hat? Gut gefruchtet? Danke. Hallo. Katharina. Hallo. Hallo. Toll, siehst du wieder aus. Danke. Sag mal, hast du meine Karten? Komm, lass uns in die Kantine gehen. Wer hat denn diesmal wieder gewonnen? Die hübsche Blonde wieder? Du meinst Anuschka? Na ja, aus meiner Sicht ist sie die Beste. Das ist ein klasse Mädel. Hanno, halte an dich. Sie ist eine Schülerin. Ist über 14 Jahre doch alt. Jetzt sprichst du wie Hans Liederlich. Glaubst du, ich knabber an deinen Schussbefohlen rum, du weißt ja, am liebsten würde ich bei der Premiere neben dir sitzen und deine Hand halten, aber leider muss ich mich jetzt zwischen schüssen und Schauspielern rumtreiben. Sag mal, Hanno, bin ich korrekt, beherrscht und leidenschaftslos? Welcher Blutmann sagt denn sowas? Oder bist du schon im Knack-Terium? Oh, kümmert sich dein Mann nicht um dich, hä? Doch. Klingt ja wirklich überzeugend. Ich weiß schon, was los ist. Fred, mach mir mal die Bulette fertig. Zu wenig Abenteuer, zu wenig Überraschung, zu wenig Leidenschaft. Leg dir doch mal einen Liebhaber zu, ich hätte im Prinzip Zeit. Hanno. Da ist mir was passiert, und zwar waren wir unten, also Lisa und ich, genau, und wir standen unten, und Ben standen halt auch da, wo er immer steht, und, naja, und einen hat er ganz lange zu mir rübergeguckt, ja, und hat auch so ein bisschen gelächelt, willst du sagen? Ja, er hat schon mich gemeint, hat auch Lisa gesagt. Das war das letzte Mal, dass Sie mich durch diesen Wahnsinn überredet haben. Ich bin ja dem Tode näher als dem Leben. Ich finde, Sie halten sich ganz gut. Melanie, Sie sind eine Schmeichlerin. Gucken wir mal, unser Problemfall. Hätten wir denn hier in eine Klasse stecken können. Geht auch gerne mal so ein attraktives Problemfall. Ich bin total unterzuckert. Gott sei Dank. Oh, Scheiße. Ups. Tag, die Damen. Tag, Ben. Ich kann mir nicht helfen. Irgendwie erinnern mich die Szenen an was. Kennt ihr sich in der griechischen Mythologie aus, Ben? Na klar doch. Melanie, das ist deiner. Das ist ja ein Ding. Katharina? Ja? Du kennst doch dieses nette Ehepaar, das unten am See immer die Enten füttert. Gegen die läuft ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft. Was? Die haben ihre behinderte Tochter jahrelang weggesperrt, wie ein Hund. Und niemand hat's gewusst. Das Mädchen wirkt jetzt in einem Heim. Sag mal, ja, das gibt's doch nicht. Das sind doch ganz liebenswürdig alle... Alles nur Fassade. Zu ihrer Tochter waren sie jedenfalls nicht liebenswürdig. Und in den Knast kommen die beiden wahrscheinlich nicht, weil sie schon zu betagt sind. Felix, was guckst denn du da? Eine Prostata-Operation. Könntest du bitte umschalten? Ich fass es nicht. Wie das Leben so spielt. Übrigens, Frau der Tochter, ich habe ihr Skateboard überfahren. Es ist Schrott. Oh nein. Na bitte, was hat's in der Garagen-Auffahrt verloren? Ich wollte es ja reinstellen, aber die Tür ging mal wieder nicht auf. Mal funktioniert hier und mal nicht. Die Fernbedienung funktioniert einwandfrei. Heute Nachmittag hat's jedenfalls nicht funktioniert. Das darf doch wohl nie wahr sein. Papa, denkst du dran, dass du diese Woche mit uns ins Kino wolltest? Er wird's wieder vergessen. Mama? Was? Wo komme ich denn eigentlich her? Das erkläre ich dir vom Anschlafen. Ich will endlich wissen, wo ich herkomme. Paula weiß, wo sie herkommt. Und, äh, hat sie's dir gesagt? Ja. Paula kommt aus dem Schwarzwald. Wo komme ich her? Hi, Juni. Hi. Oh, scheiße. Und klappen. Ja, das war wohl Sabotage. Na ja, es gibt ein paar Typen an der Schule, die irgendwie nicht so oft dich abfahren. Haben auch noch mein Flickzeug geklaut. Hast du welches bei? Nee, hier nicht. Ich hab zu Hause welches. Willst du nicht mitkommen? Ist vielleicht näher als zu dir. Okay. Mama, er ist da. Wer ist er? Na, er. Aber seit Papa mitgekriegt hat, dass er sich für Architektur interessiert, hocken die nur am Studiorum. Papa und Ben? Ja. Oh nein. Papa will ja mit uns ins Kino gehen. Und er hat schon Karten besorgt. Und dieser gläserne Dachschweif verbindet die einzelnen Gebäudetrakte miteinander. Der ganze Komplex ist auf Stelzen, im Wasser gebaut. Das find ich toll. Die Harmonie des Ensembles wird natürlich noch durch die Auswahl der Materialien unterstützt. Ja, das... Der Gedanke war... Wirklich toll. Ben? Hallo, Schatz. Ach du Schande. Juli, wir müssen los. Wollen wir nicht vielleicht ein andermal gehen? Wie bitte? Der ist sowieso nicht so toll, der Film. Entschuldige, du nervst mich die ganze Woche, dass ich mit euch in diesen Film gehen soll und nur auf einmal? Willst du nicht vielleicht mitkommen? Das ist der neue mit Leonardo DiCaprio. Ist bestimmt ganz toll. Ja, was denn nun? Ist er nicht so toll oder ganz toll? Er ist ganz toll. Äh, nein, danke. Ich muss ja noch mein Fahrrad reparieren. Deswegen bin ich ja hier. Ich hab auch nur drei Karten. Und das Kino ist ausverkauft. Ach Mann. Also dann. Tschüss. Ciao, Bella. Ach. Hat mich gefreut, Sie... Dich kennenzulernen. Danke. Gleich, Schatz. Zieh ihm das an, wenn's kalt wird. Hast du gehört? Hier. Anziehen, wenn's kalt wird. Bis nachher, Gatti. Mama. Kann er nicht vielleicht bleiben, bis wir zurück sind? Bitte. Und was soll ich so lange mit ihm anstellen? Vielleicht deine Beugrupplatten hören? Papa findet ihn auch sehr nett. Jula, was ist denn nun? Ja. Was soll das? Sie haben hier nichts verloren. Was soll ich denn sagen? Jula hat mein Fahrrad sabotiert und mich hierher geschleift. Tja, da war nichts mehr zu machen. Außerdem, Sie haben mich doch eingeladen. Ich mein, der Mann ist Architekt. Und ich interessiere mich für Architektur. Alle Architekten dieser Familie sind gerade im Kino. Jetzt gehen Sie bitte. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht wirklich. Aber die ganze Arbeit ist schön im Modell. Und der Mann und der Mann. Die ganze Arbeit. Was soll ich denn sagen? Es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Jule. Ich schlafe schön. Na? Gute Nacht. Mama. Wie findest du ihn? Ehrlich? Er ist ein Junge wie jeder andere auch. Und Mama, du hast keine Ahnung. Schlafe schön. Du romantische Schaf. Du auch. Ich habe deinen Ulrich schon wieder an der Tankstelle gesehen. Mit einer Flasche Saint-Aimillon. Warum observierst du unsere Tankstelle? Na ja, ich brauche in letzter Zeit auch ab und zu ein bisschen Trickelwasser. Kenn ich ihn? Nein. Aber du wirst ihn kennenlernen, spätestens bei der Theaterpremiere. Du machst es wieder spannend. Ciao, Melanie. Ciao. Geschlafen? Ist doch ein bisschen direkter, dass wir jede mitteilte. Entschuldigung, ich weiß nicht. Hast du deinen Freunden erzählt? Hast du mir echt dich angegeben? Ich glaube, sie ist es. Okay, man. Gestern Abend, das ist nicht wirklich passiert. Guten Morgen. Guten Morgen. Als einen für alle Zeitschaffenden Dramatiker erscheinen ließ. Shakespeare war ein wirklicher Dichter. Er brachte die Blume der Poesie in einer rauen Zeit erneut zum Blühen. Danke, Anuschka. Aus meiner Sicht war das der beste Aufsatz. Wir gehen also gemeinsam auf die Premiere von Romeo und Julia. Auch die Abel und Arbeiten, nicht schlecht. Ein bisschen auf die Rechtschreibung achten. Einige waren ausgesprochen inspiriert. Was? Sie finden Anuschkas Aufsatz besser als meinen? Ja. Ich möchte meinen Aufsatz gerne vorlesen, dann kann die Klasse entscheiden. Also gut. Wir betrachten Shakespeare als ein Monument. Und dieses Monument verstellt uns den Blick auf Shakespeare des Originalen. Dessen Kopie wir mit Ehrfurcht begegnen sollen, während wir aber mit dem Menschen gelitten und gelacht hätten. Shakespeare's Geschichten sind voll von Gewalt. Auf offener Bühne werden Augen ausgestochen, Hände abgehackt und Zungen abgeschmissen. Er beschrieb die schmutzige, chaotische, tragikomische Welt, in der er lebte. Und er schuf eine heitere Gegenwelt, die der Liebe. Es war eine Illusion, aber es war niemand eine Lüge. Denn diese Welt existiert und sie gehört dem, der bedingungslos und ohne Angst liebt. Kein Wollwerk kann der Liebe wehren, denn Liebe wagt, was irgend Liebe kann. Ja, oder in der Hip-Hop-Version, Liebe kennt kein Hindernis, was Liebe will, das nimmt sie sich. Und damit war das dann irgendwie zu Ende. Und zwar ist es verstummt. Schön geworden. Ich glaube es nicht. Er war bei dir zu Hause. Ja. Oh, Wahnsinn. Hallo. Hallo, Ben. Herr Jule. Der Film war wirklich total schön. Kann man sich ruhig zweimal angucken. Na super. Dann viel Vergnügen. Danke. Danke. Hi, gut. Hi, Anderska. Oh, nicht diese blöde Kuh. War wohl nichts. Er kann ja wohl noch mal mit jemand anderem reden. Er kriegt endlich seinen Staatssekretär-Posten im Bildungsministerium. Er kriegt seinen Job. Gratuliere. Ich gratuliere ebenfalls, Frau Direktorin. Was macht denn unser Revolverheld? Deine neuen Vorkommnisse? Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Ich gebe es dir zu, dein Aufsatz war echt besser. Hey, wir könnten ja mal ein Stück zusammen lesen und danach darüber sprechen. Deine Eltern haben Brot. Sei nicht sauer. Aber ich habe echt keine Zeit. Ich bin deine Lehrerin und du bist ein Schüler, der einen Aufsatzzeitbewerb gewonnen hat. Ja? Entschuldigen Sie? Ähm, sind Sie beins Lehrerin? Ja. Ich bin seine Mutter, Simon. Guten Tag. Ich dachte, es wäre gut, wenn wir mal reden würden. Ja, ja, sicher. Bitte, nehmen Sie Platz. Na ja, es ist so, der Junge ist manchmal nicht ganz einfach. Ich wünsche mir so sehr, dass er seinen Abschluss schafft. Er hat es mir versprochen. Wissen Sie, ich halte Ben für sehr intelligent. Er könnte noch viel mehr als nur seinen Abschluss schaffen. Finden Sie auch? Ja. Wie kam das, dass er überall diese Schwierigkeiten hatte? Er hat nun mal was gegen Lehrer. Er hasst es, wenn man ihm Vorschriften macht. Das ist eine typische Reaktion von Schülern, die sich unterfordert fühlen. Mein geschiedener Mann ist Lehrer. Er und Ben verstehen sich nicht besonders gut. Ich habe gedacht, ihr Mann ist tot. Für mich und Ben ist er auch gestorben. Mann ist das wirklich notwendig. Ah, ich hab mich gefragt. Wow, Jule. Ja, 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 ja. Papa, wir haben Fische! Ich bin entzückt. Zwei Stimmen! Die kriegen Junge! Der Lärm hier ist auch zum Jungekriegen! Aber wir Menschen, wir leben doch viel länger als so ein Fisch oder ein Vogel. Das heißt, wir bleiben alle noch ganz, ganz lange zusammen. Versprochen? Versprochen. Das tut gut. Sag mal, wieso hat dein Vater plötzlich zehn Kinder aus dem Feuer gerettet? Warum erzählst du deiner Lehrerin dann sowas? Ach, Mama. Die Lehrerin, die mag so romantisch das sagen. Sie glaubt, dass ich ein Geheimnis habe und das erklärt, warum ich so störrisch bin. Heilpädagogenkram, du kennst das doch. Sie hält dich für überdurchschnittlich begabt und sie mag dich. Erzähl doch nicht solche Lügengeschichten. Ja, entschuldige. Entschuldige, Schatz, das ist alles ein bisschen viel wie gerade. Holla. Für Hannu Marquardt, wenn Sie diesen Theatermenschen jetzt noch ein letztes bisschen Verstand bringen? Möchtest du nicht mitkommen? Hinterher ist Premiere am Party. Du hast doch deinen Schüler als Anstandsdame dabei. Ach, komm. Nur düsteren Frieden bringt uns dieser Morgen. Die Sonne scheint verhüllt vor Weh zu weilen. Kommt, offenbart mir ferner was verborgen. Ich will dann strafen oder Gnade teilen. Denn niemals gab es ein so herbes Los als Juliens und ihres Romeos. Applaus 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 Wer war denn der jugendliche Liebhaber an deiner Seite? Ben, ein Neuzugang Hat einen leichten Hang zum Kriminellen Dafür nützt er dann seine Zeit im Gefängnis dem Geniale Shakespeare Aufsätze zu schreiben Ah Mhm Ja Willst du nützt essen? Nein, danke Sag mal Hast du was? Es wird ernst, ich soll die Schule übernehmen Wo liegt das Problem? Ich hab Ulrich schon so oft gebeten, Kürze zu treten Jetzt muss ich mir selbst einen Haufen Arbeit aufheißen Bitte schön Mein Gott, das ist in der Tränen hier Also wirklich, wenn es was umsonst gibt, dann drehen die Leute durch Los, kippen wir uns einen hinter die Binde Prost Prost Und, wie hat's dir gefallen? Um mich rum hat alles geflennt Ja, Gefühle sind meine Strecke Die kommen in meinen Inszenierung immer gut rüber Das waren nicht die Gefühle, das war die Nebelmaschine Das Zeug brennt in den Augen wie Sau Ben, das wär's nicht sehr charmant Ach ach, so eng und sehen sie das doch nicht, Jürgen Ach, ein alter Theaterhaut legen lässt sich auch die schlechte Kritik nicht brechen Und künftiger Staatssekretär mischt sich und das Beug Prost Nur unter Außerwelt schöne Frauen Abend, Ben Alles in Not? Tja, Kinder in diesem Alter sind etwas schwierig Entschuldigung Entschuldigung Ben Bleib mal stehen! Ben! Was ist denn los mit dir? Das ist auch schon mein Vater Wer? Der Schuhart ist sein Ja Der Schuhart ist mein Vater Ja, na und? Ach Gott, das kapierst du sowieso nicht! Ben! Komm mal rüber runter Komm mal runter Pool, Kamin, Riesengarten, Beherd Keller Das volle Programm Im Bildkinder hat er meine Mutter immer verprügelt Damit sie die Nachbarn nicht hören Warum hat er das gemacht? Er war sauer Er war sauer, dass seine Frau hatte, die ihn ständig blamiert Ich meine, meine Mutter hat nicht mal die Zehnte und sie heult, wenn sie TV-Kipps sieht Meine Mutter auch Als ich 14 war Da habe ich mein Mountainbike gegen den Knarrer getauscht Ja, und als er das nächste mit ihr in den Keller wollte, da habe ich ihm die Mündung auf die Schläfe gedrückt Ich habe ihm versprochen, dass es nicht überlebt, wenn er sich nochmal an ihr vergeift Tja, und eine Woche später sind wir haben euch dann ausgezogen Und seitdem tingen sie mit ihren Kosmetik-Koffern um Also, hier Hier hat sich, also hier hat der Typ, dem ich auf dem Revier begegnet bin, seine Frau erschossen Und ähm Hier Hier hat sich einer umgebracht Ja, und seine Leiche, die wurde erst anderthalb Jahre später erfunden Ja, und Die Villa von dem netten Ehepaar mit der behinderten Tochter, die kennst du ja Woher weißt du das alles? Ich kenne eine Gerichtssupport darin, die, die gibt mir Tipps Die findet mich fast so toll wie du Du wirst kommen Wohin? Na, Afrika Na komm! Das kannst du doch bei einer alten Frau nicht verlangen! Ich verlange es von dir! Ja! Ja! Jetzt! Ich lass mich! Ah! 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 Lass mich runter! Lass mich runter! Ich hab mir auch die Nacht um die Ohren geschlagen. Und dann ging die Sonne auf. Und du warst nicht da. Und ich dachte mir, bin ich ein Idiot? Dich einfach so ziehen zu lassen. Komm, komm, wir gehen ins Bett. Die Kinder schlafen noch. Ulrich, bitte mir ist nicht gut. Lass mich. Schatz, und wie möchtest du denn, was ist denn los? Ich weiß nicht. Ich hab alles nur ein anderer getrunken. Das ist ja am Abend. Und genau da verbirgte Fälle, alles recherchiert? Dann steht alles so im Gerichtsrat. Boah. Bis auf einen Fall. Ich hab ein Freund beim Verlag. Ich hätte an die Interesse. Wir könnten ja hier im Haus eine Ausstellung starten. Im Foyer. Im Ernst? Na ja. Na ja, klar, Mann. Danke, Herr Markmann. Du kannst ein bisschen aufdrehen, bitte. Katharina? Ich liebe dich. Und dann, na ja. Es hat Spaß gemacht bei uns. Und wir fahren ins Weihnachten. Hey, warum das nicht eben dein Superman und deine Mom? Mama, warum hängst du denn eigentlich ständig mit Ben rum? Ich hänge nicht mit Ben rum. Wir bereiten eine kleine Ausstellung im Theater vor. Ben macht eine Ausstellung? Ja. Malt er? Er fotografiert. Von Ben würde ich mich auch sofort fotografieren lassen. Sogar nicht. Mama, kann ich nicht doch mitkommen? Nein. Bitte. Warum denn nicht? Weil du in der 8. und nicht in der 10. bist. Moment mal! Da sie zu viert in ihr einem Zimmer übernachten, bitte ich sie bei der Aufteilung sittliche über sexuelle Präferenzen zu stellen. Wie jetzt? Heino. Jungs und Mädchen getrennt. Liebe kennt kein Hindernis. Was Liebe will, das nimmt sie sich. Soll ich dir helfen? Danke, das schaffe ich schon. Soll ich nicht rein, Dicke? Hey, Anushka! Hab dich nicht so. Komm rein! Das sieht aber reichlich kalt aus. Och. Das lässt sich ändern. Na, dann fang doch schon mal ohne mich an. Blöde Kuh. Das customized. Det ist so leicht. Das ist so leicht. Das macht es auch nicht so leicht. Das ist so leicht. Die Welt. Laute war. Das war nicht so leicht. Dass ich was zu Ende ist. Das war nicht so leicht. Es kam doch zu Ende. Das war's für heute. Wenn wir wieder zu Hause sind, werden wir es nicht mehr sehen. Jedenfalls nicht außerhalb der Schule. Was soll das heißen? Es ist aus. Ich bin deine Lehrerin und du mein Schüler, ganz korrekt. Ja, aber... Es tut mir wirklich leid, Ben, aber wir sind einfach zu weit gegangen. Wir haben uns wie die Kinder benommen. Nein. Wir übernehmen uns wie Verliebte. Hey Katharina, lass uns schwimmen gehen. Ben, ich bin verheiratet. Felix ist sechs und Julia ist noch lange nicht so weit wie du. Die brauchen nicht die beiden. Ich brauche dich auch. Was du brauchst, ist ein Freund, jemand, der dir hilft, deinen Weg zu finden. Das ist doch jetzt Pädagogenquatsch! Ich liebe dich und du... Sag doch einfach, dass du Angst hast. Vor dem Skandal und vor deinem Mann... Natürlich habe ich Angst. Angst um meine Kinder. Ich habe Angst um dich, Ben. Ich habe Angst um dich. Denk drüber nach. Denk einfach drüber nach. Was Schönes entdeckt? Hm... Herr Vögel. Kann ich auch mal? Bleib bei mir. Was wir machen, ist Ehrsinn, Ben. Was wir machen, ist Ehrsinn, Ben. Warst du eigentlich? Na, was warst du denn? Warst du denn? Ja, ist das gut? Okay. Und der Furkan. Die ist klasse, weil ich schon gestanden habe. Wenn wir den Zeitpunkt nicht abhalten, das ist der Furkan. Was? Natürlich, das stimmt. Das stimmt. Was ist denn hier los? Hallo, Frau Direktorin! Felix, komm. Das hat der Postpoliziker. Ja. Die offizielle, hochamtliche und definitive Bestätigung deiner Meinung. Entstoßen? Jawoll. Prost. Auf die Klügste aller Direktorinnen mit dem schönsten aller Lehrkörper. So, Kinder, jetzt lass mich erst mal hier ankommen. Felix, Gepäck nach oben! Wie geht's ihm? Ihm? Na, Ben. Also, ich fürchte, der ist vergeben. Anuschka, stimmt's? Dieses Miststück. Ich will sterben! Was hat sie denn? Was hat sie denn? Liebeskur. Ach Gott. Meinemal kriege ich meine Tage ganz unregelmäßig. Mhm. Tja, Frau Kramer, wenn ich mich in dem Fall irre, dann gebe ich meine Approbation zurück. Okay. Hier, sehen Sie mal. Etwas weiß ich, es ist einfach passiert. Willst du es behalten? Ich meine, mit Juli und Felix wären wir jetzt gerade aus den Gripsen raus. Uff, ich... Ich kann doch nicht einfach ein Kind wegmachen lassen. Na gut. Dann eh mein Drittes. Das kriegen wir hin. Du wirst Direktorin und ich... Ich werde eben... Alba. Hausmann. Du kannst nicht vergessen, wenn du mich hier so nervst. Ulrich, ich... Na und? Komm, 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 komm. Bruder will mir den Hubschrauber wegnehmen. Wenn er mich die ganze Zeit so nervt. So, jetzt ist Schluss damit. Wer ab jetzt hier noch rumzankt, wird verkauft. Mama hat schon Ersatz bestellt. Ihr bekommt ein kleines Brüderchen. Ihr wollt euch vermehren? Ich will lieber einen kleinen Fisch. Ich weiß gar nicht, was die an diesen Wänden so toll findet. Ich schon. Ist es eigentlich erlaubt, dass eine Lehrerin mit dem Schüler rummacht? Hey, Ben! Wie war sie? Keine weiter Spann, erzähl du doch mal. Gehen Sie ab, wie es gewittert? Sag schon. Ist doch eine reife Leistung, für eine Lehrerin zu poppen. Du kleine Gott! Was ist denn hier los? Der Trommel ist nur ein bisschen gestolpert. Stimmt das? Ach, Roberto ist ein Idiot. Danke. Was bist du denn hier? Heino hat uns gesehen. Am See. Wer weiß noch davon? Bestimmt bei Dalla. Aber dann müssen wir uns nicht mehr verstecken. Scheiße. Sie schmeißen mich aus der Schule. Ja, okay, wir müssen uns hier nicht zugeben. Ich meine, Heino glaubt doch sowieso keiner. Ich kann hier einparken, wenn Ulrich das erfährt. Dann lass uns weggehen. Irgendwohin. Du liebst dich doch und du kriegst auch woanders einen Job. Wenn ich habe gesagt, es ist aus, muss verrückt gewesen sein. Wie? Wie war das alles in einem Spielchen? Es war falsch. Nein, war es gleich! Was? Was? Was war es denn? 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 Entschuldigung. Was war es denn? Was war es denn? Davina? Jule ist verschwunden! Was? Hier. Verstehst du das? 14 Jahre und haut einfach ab! Dreht dich jetzt los? Wenn ich die bei diesem Ben erwische! Ist sie nicht! Und wer will sie das wissen? Warte mal! Ben und ich. Ich habe mich in Ben verknallt. Julia hat das wahrscheinlich erfahren. Das ist nicht wahr. Doch. Ulrich, warte! Wo willst du denn hin? Der Schwester vom Ferienhaus ist weg. Hast du mit ihm geschlafen? Ja. Wie oft? Sehr geil, wie oft. Nicht oft. Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Ich zerre doch auch keine von meinen Praktikantinnen ins Bett. Und wenn's mir noch so gut gefällt. Ist das denn überhaupt kein Stolz? Das hat doch mit Stolz oder nicht Stolz nicht zu tun. Das Haus ist dunkel. Jule! Jule! Ulrich! Was? Lass mich mit dir reden. Willst du dir erklären, dass du dich von deinem Schüler vögeln lässt? Jule. Lass mich wenigstens versuchen, es dir zu erklären. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht hab. Du hast ihn mir weggenommen. Du hast ihn mir einfach weggenommen. Ich hab ihn dir nicht weggenommen. Ich hab mich verliebt in ihn. Und Ben, es ist genauso, ich glaube. Ich hab hier kein Wort von dem, was du sagst. Jule, mein Schatz ist so glücklich. Lass mich nicht! Wie lange geht das schon? Kann man das ein andermal berät? Ach so! Die Frau Direktorin denkt plötzlich an die Gefühle ihrer Tochter? Hättest du damit nicht früh anfangen können? Du, wahnsinnig! Schatz! Von wem ist das Baby? Von Ben. Und? Was wird's werden? Ich weiß es nicht, Ulrich. Du lässt das Kind abtreiben. Und dann ist alles in Ordnung? Natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, dass wir in letzter Zeit einige Probleme hatten. Oh ja! Und die lösen wir, indem du dich von deinem Schüler schwängern lässt? Aber die lösen wir auch nicht, indem ich das Kind wegmachen lass, Ulrich! Willst du, dass sich alle totlachen, wenn wir zu fünft durch den Park gehen? Siehst du, genau das ist unser Problem. Du bist immer an der Oberfläche. Champagner und geklaute Hosen, das hat doch nichts mit Leidenschaften zu tun. Leidenschaft? Das ist es! Ich hätte mir auch mehr Leidenschaft gewünscht! Weiß Gott! Jule! Jule, stell das Radio leiser! Jule! Du lässt das Kind abtreiben? Oder? Oder? Du kannst gehen. Jule! Herrgott, nochmal! Sei doch vernünftig! Was soll das? Jule, mach auf! Mama! Ich hab dich sehr, sehr, sehr lieb. Ich hab dich auch sehr, sehr lieb. Und jetzt geh rein, du erkältest dich Felix. Mhm. Auch da knacken. Ich hab dich doch nicht aufgeholt. Ich hab dich kracht. Ich hab dich doch nicht aufgeholt. Ich hab dich doch nicht aufgeholt. Immer für dich. Pechно nicht! Wir sind wie viele Dinge, wenn ich gleich nicht aufgeholt. Ich hab dich doch gelieb! Oh, das ist das Nummer. Musik Frau Simo Ich habe mit Ihrer Chefin gesprochen, Ben wird nicht mehr zur Schule gehen Er sagt, das Thema ist für ihn erledigt Wo ist er? Lassen Sie ihn bitte entfrieden, Sie haben doch schon genug angerichtet Musik Willst du mich zum Bahnhof? Ich leg erst mal ein Was hast du überhaupt vor? Ich weiß nicht Erst mal weg Wir können beide gehen Nein, können wir nicht Sag mal, stimmt es, dass du schweig bist? Wer sagt das? Juma Anschnallen Was soll denn das? Ich bringe dich zur Schule Vergiss es, ich gehe da nicht wieder hin Natürlich gehst du da hin Du machst erst dein Abi und dann machst du was in deinem Leben Ich versuche meines zu reparieren Warum nicht gleich neu anfangen? Vielleicht Aber nicht mit dir, Ben Katharina Kriegst du nur ein Kind oder nicht? Ich kriege ein Kind Und bin ich der Vater? Mein Mann ist der Vater Es ist doch gelogen Ich will zum Bahnhof Ben Ich will zum Bahnhof, habe ich gesagt Ich will zum Bahnhof shiny K процесс Untertitelung des ZDF, 2020 Ulrich macht total dicht und Jule, im Grunde verstehe ich selbst nicht, warum eine erwachsene Frau sich in ein heimes Kind verlieben kann. Na ja, wenn ein Mann sich in eine 20 Jahre junge Frau verliebt, findet das ja auch keiner komisch. Außerdem, man verliebt sich dann, wenn man dafür bereit ist. Ich war so total glücklich. Du warst nicht glücklich. Ja. Du warst beschäftigt. Die Liebe ist ein wundervolles Stimulanz. Aber wie jede Droge hat sie leider auch Nebenwirkungen. Sie macht uns zum Lachen. Wie ist es im Kind? Ist alles in Ordnung, nichts passiert. Willst du nicht doch lieber zu mir ziehen? So ganz alleine im Hotel, das ist doch nichts. Hanno, wenn du was für mich tun willst, dann kümmerst du dich um die Fotos von Ben. Ja klar. Hanno kümmert sich um alles. Sie haben also den Unfall verursacht? Ja. Aha. Na ja. Was Ihre Liaison mit Ben Simon anbelangt, bisher ist das alles nur ein Gerücht. Heißt das, Sie wollen die Sache vertuschen? Es gibt keine Einzeige, keine Beschwerde, nicht. Sie werden hier die Direktorin. Das ist mit dem Schulrat mit Ben Simons Vater bereits abgesprochen. Danken Sie dem glücklichen Schicksal, das wäre so gut mit Ihnen mein. Ich bin gerne Lehrerin, ich muss nicht unbedingt Direktorin werden. Wichtig ist, dass Ben seine Schule besteht. Wenn er es hier nicht schafft, schafft er es nirgendwo. Ich werde die Schule verlassen. Sie sind eine außergewöhnliche Frau. Ich werde Ihre Versetzung in die Wege leiten. Schade. Skandalös, dieser Vorgang. Ich frage mich, wer jetzt den Laden hier übernimmt. Hoffentlich nicht so ein heuchlerisches Luder wie Sie. Wir werden Sie hier sehr vermissen, Katharina. Sie haben hier ganz kalte Hände. Gehen Sie bitte sofort wieder in Ihre Klassenzimmer zurück. Ich habe gesagt, Sie sollen in Ihre Klassenzimmer zurückgehen. Gehen Sie doch... Oh nein. Das lernen Sie schon noch. Du hast eine tolle Mutter, Jule. Willst du mich verarschen? Sie hat keine Angst. Außerdem ist sie eine gute Lehrerin. Kann sich ja von ihr adoptieren lassen. Würde ich gleich machen. Meine Eltern sind scheinheilige Spieße. Frau Kramer! Frau Kramer! Du hast nicht unsere Klassenzimmer. Du hast nicht geschlafen. Vielen Dank. Also, ich will gar nicht viel sagen. Die Bilder sprechen ja für sich selbst. Ich will nur jemandem Danke sagen. Und zwar meiner Mutter, die eine Menge mit mir aushalten muss. Und auch einer Frau, die heute leider nicht hier ist. Ohne sie hätte ich nie geglaubt, dass es irgendjemand auf der Welt wichtig sein könnte, was ich denke. Tja, und damit erkläre ich meine erste Ausstellung für Eröffnet. Gehen wir ein Stück? Es fängt wieder an zu regeln. Gehen wir ein Stück? Es fängt wieder an zu regeln. Es fängt wieder an zu regeln. Gehen wir ein Stück?